Der Raster Eine digitale Welt Zur Neugestaltung des menschlichen Daseins Wer bist du? Jeff spielt meinen Vater Flynn und gleichzeitig den Bösewicht, der das genaue Gegenteil von Flynn ist. Es tut gut zu wissen, dass ich meine Figur in jedem Alter spielen kann. Ich bin nicht dein Vater, Sam. Jeff Bridges spielt sowohl Kevin Flynn als auch sein eigenes digitales Abbild Clue in seinen 20ern. Aber ich freue mich unvorstellbar, dich zu sehen. Ich konnte es nicht glauben. Zweimal Jeff Bridges? Du bist dran, Flynn. Komm schon. Es ist wirklich spannend, bei so etwas Wahnbrechendem dabei zu sein. Mit dir habe ich etwas sehr Spezielles vor. Und ein bisschen besser. Das war's für die Welt. Magist Courtaquila? Ich weine Herr Schub der這個 Frankenau. Ich kann es nicht. Ich bin Schub der Joeatiens. Ich muss schon cracker deinen Krieg. Mein Schub der Dä Docker ... Vielen Dank.